so heute geht weiter mit dem finalen kampf und so war die herrschaft in diesem bezirk kämpfen geben wir ihnen was sie wollen noch mal so da probieren wir es doch wenn auch zögerlich ihre herausforderung angenommen alle waffen sind erlaubt mögen die stärkeren gewinnen ja dann let's rock also noch mal so lange die mich jetzt in ruhe lassen leckte ich doch mal schalter auch das ist noch nicht zum kurs und kotzen weil wir viele das einfach sind dann irgendwann die haste keine chance und ich komme nicht mal hoch aus dem gebiet werde ich da hochkommen würde oben auf dem haus oder so was wäre das für mich am einfachsten aber so kriegst du jetzt gerade ich will noch nicht bauen klar level 6 ich weiß das schon so gut aus eigentlich es sah so gut aus eigentlich das war das ein und wir hatten noch vier gegner plus die alle da wir wurden zu einer schlacht um diesen bezirk heraus gefordert ja ich probiere es noch mal natürlich also ich will es ja unbedingt schaffen ich will die aufgabe ja ledig ich will das ding ja haben ja damit wir das einfach zu haben damit die kein nicht mehr groß feindes gebiet kommen nicht mehr große feinde kommen weil wir eigentlich in der nächsten folge schon anfangen wollen wir mit der themse das war das thema dann eigentlich irgendwann mal zu machen miss plan hat denn auch zögerlich ihre herausforderung angenommen ja das müssen noch mal kurz eben überspringen das ganze ding hier ist es ist es ist ein So, die Frage ist, wir haben jetzt ein bisschen was geschafft auf jeden Fall. Was? Ich hab Medizin benutzt? Und trotzdem gibt's ihm einen mit? Ich hab Medizin benutzt! Das Ding war mal auf. Bist mir egal, du guckst keine Medizin. Ach Leute, ey, geht ihm ja auf den Sack gerade mit dem Scheiß, ey. Es ist hier eigentlich, wie gesagt, wir sind ja Level 5 erst, aber jetzt sind das ja 6er. Das Problem ist, dass ich auf der Erde kämpfen muss und nicht oben. Ja, komm, ich hab noch mal gesagt, wir brauchen deine Hilfe, Jacob, wenn wir diesen Bezirk halten wollen. Ja, es hilft mich gerade so ein bisschen, dass ich die Aufgabe nicht schaffe, aber ich will es heute versuchen. Zeig dem Leiter, wem dieser Bezirk gehört! Komm schon, Leiter! Verschieben! Da wird sieben, ja, leck mich doch am 8. Oh Mann, hey, das kann doch nicht sein. Also, egal, das ist scheißegal, du. Ich krieg dich nicht da, da unten. Aber das Problem, das Gebiet ist zu klein, einfach. Vom Level her sind wir einfach nicht groß genug. Mann, ich will dieses scheiß Level da schaffen, diese Aufgabe schaffen und jedes Mal verreck ich da drin. Weil sie dann auf einmal mit allen Fünfen, allen kommen, ey. Weil sie dann auf einmal mit allen Einheiten, alle volle Lotte kommen, ey. Weil sie dann alle auf mich gehen. Und das kann ich nicht, ich krieg nicht ausgehalten. Mann! Das Problem ist halt, dauert auch dieser Ladebildschirm, das dauert immer so ewig lange. So, kann ich mal irgendwas machen? Inventar, Fähigkeiten. Gut, Fähigkeiten haben wir ja nur eine. Das ist halt, das ist es halt. Aber krieg ich nicht Mediziner um mir hergestellt? Ausrüstung? Gut, Fähigkeiten. Vielen Dank. So, dann stellen wir den mal her. Um ein bisschen mehr drauf zu gehen, um so mehr Energie zu haben noch. Das wäre ein bisschen links. Ja, da kommen wir gar nichts. Kann ich da irgendwas erwerben? Nee, kann ich nicht. Ich will doch einfach nur euch jetzt alle haben. Kommt da her, jetzt hier alle hier. Die Bleiters wollen und die Herrschaft in diesem Bezirke kämpfen. Kämen wir Ihnen, was Sie wollen. Probieren wir es halt noch mal. Na gut, versuchen wir es halt noch mal. Jetzt haben wir ein bisschen Glück. Sollte das jetzt heute nicht klappen. Und dann wäre es halt noch mal nicht. Wissen Sie, dass es das geht? Nicht wahr? Wie ist das? Wie ist das? Wir wissen, was wir hier haben? Wie ist das? Wir sind hier nicht. Wer ist das? Wie ist das? Wir haben diese nicht. So, ich habe jetzt ein paar weggeholt. Ich hoffe, dass das jetzt immer mal gut ist. Fuck it, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Alte dann noch mit dem Messer ankommt, ey. Och, geht die mir auch für Nüsse, Alter. Ich will da dran und dann haut die mir ein Messer zu und probieren. Und wenn die vier Leute gegen mich alleine hat, dann kann ich noch nichts machen. Ah, ich will das doch nur schaffen, die Aufgabe. Das kann doch nicht wahr sein. Also müssen wir eigentlich noch mal mit dem Level, müssen wir eigentlich noch mal mit dem Level noch mal eins her. Also, wo gesagt, einmal probieren wir es noch. Und zwar mit der Taktik, die ich da eben hatte. Weil wir haben es ja versucht, mit dem Wurfmesser ein bisschen rauszugehen. Reinzugehen und versucht dann gleich mit dem Gewehr. Ja, doch mit dem Gewehr tatsächlich. So, letzter Versuch heute. Wenn wir das nicht schaffen, dann mache ich mal was anderes. Dann machen wir jetzt mal mit der Eroberung weiter. Ich glaube, ich war es von Level 3, aber naja gut. Ich glaube, wir sind hier Level 7 und wir sind Level 5. Aber wie gesagt, da... Im 1 gegen 1 keine Chance, aber im... Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen raus. Zeig denen gleich, deswegen dieser Bezirk gehört! So, den haben wir das mal. Ich habe freie Sicht auf ihn! So, den haben wir das jetzt alles B�I? Ich habe jetzt einen hohen Ton auf mich. Ich habe mich jetzt auch rausge Passover. Keine ضغией, Uma. Scheiße, du stehst ihnen hier ja aus. Mist, du hast dich jetzt... Nicht, du bist aber gut. Nein! Nein! Nehmen wir die höhersten Post, geht es damit an? Ich muss лишь neben mir. Nicht wirklich, oder? Oh, das kann doch nicht wahr sein. In dem Moment haut die... Ey, ich will gerade die scheiß Medizin mit uns. Ich habe den Knopf schon gedrückt und sagte mir, nö, du vergisst es. Oh, Mann. Ich hatte doch schon... Ey, die alle geben mir so mittlerweile auf den Piss, dass ich die nicht kriege. Dass ich immer wieder an einem Alten da scheitere. Ja, machen wir jetzt mal weiter an. Das bringt doch nichts. Ich muss mir nicht nur ein Level haben. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstung? Dann habe ich ja nicht immer wieder an einem Alten da. richtig irgendwie müssen wir ja drauf gerade mal gucken ob ich hier noch irgendwie was holen kann was ein bisschen mehr werte bringt oder was ein bisschen was bringt ja gesperrt natürlich sondern ein bisschen mehr breiten bringen den stock das ist immer gut so vielleicht bringt das ja ein bisschen was das 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 So, Waffen. Ja, die kannst du knicken, die Dinger, die zieh mir. Ich habe leider auch nur als eine... Es ist aber auch leider nur erstmal nur eine Dings... Momentan... Ja, ich kann sonst nichts machen gerade. Warum kann ich auch nichts kaufen. So, einen Versuch starte ich jetzt hier noch. Wir wurden zu einer Schlacht um diesen Bezirk herausgefordert. Einen Versuch wage ich jetzt hier nur. Und ja, ich hau auch so Dinge raus einfach mal. Miss Plum hat, wenn auch zögerlich, ihre heraus... Ja, natürlich. Aber wir versuchen es einfach. Ich kann es jetzt auch nicht erinnern, wenn es halt nicht klappt, Leute. Sonst machen wir halt, wie gesagt, was anderes. So, leben Sie, dass das Gebiet ist ziemlich klein. Weil ich komme hier nicht hoch. Genau. Lauf davon bevor erstmal. Aber noch mal... Einen Versuch." Scheiße. So. Du hast meine. Scheiße, Mann. Ach, das ist zum Kotzen gerade. Du willst da raus, der Dicke. Ey, der kommt dir hinterher und hält dich noch fest, damit du nicht rauskommst, ey. Das hat doch wunderbar funktioniert. Das hat doch so wunderbar funktioniert. Vielleicht müsste ich die gar nicht rekrutieren, sondern einfach versuchen, ohne die reinzugehen. Ohne das rekrutieren, weil da habe ich nur fünf Gegner. Fünf eigene. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch hier. Ja, das war jetzt bei über 20 Minuten, aber das ist halt einfach so. Ich will dieses Gebiet haben und das ist mein großes Ziel. Ansonsten machen wir erstmal was anderes. Holen wir uns erstmal ein anderes Teilgebiet, um dann ein bisschen vom Level aufzusteigen und dann versuchen wir es mit Level 6 nochmal, wenn wir mal reingehen. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich der allerletzte Versuch, den ich versuche jetzt hier rauszuhauen. Miss Plum hat, wenn auch zögerlich, ihre Zeug den Blei, der sich in dieser Bezirk gehört. Zeug den Blei, der sich in dieser Bezirk gehört. So, eigentlich sind wir jetzt relativ schnell. Ich hoffe, dass das jetzt reicht, dass wir jetzt ein bisschen mehr Leute dabei haben. Ja, fuck you, fuck you, halt auch mal ab. Hey, das ist zu kotzen gerade echt. Du hast keine Chance, du kannst nichts nutzen an der Medizin oder sonst. Also sofort wieder mit rein und ich verwundere mich gerade, warum ich echt nichts machen kann. Aber wie gesagt, das ist wirklich der letzte Versuch. Oh Mann, ist das zum Kotzen. Das ärgert mich gerade. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht weiter mit dem Teil. Ach Mann, ey. Ja, nicht heute mehr. Gut, okay. Dann müssen wir das heute übereinander machen. Gut, dann gucke ich mal, was wir heute... Ne, heute machen wir gar nichts mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es mal gucken, was war dann als nächstes zu anstehen. Bis dahin und tschüss.